Hallo und herzlich willkommen bei Mika Karawan in Dingesbühl. Ihr seid wieder da. Schön, dass ihr dabei seid. Ich möchte hier nur ein ganz kleines, kurzes Video machen, weil ich den zweiten Teil davon zeigen möchte, wie wir die EcoFlow, den Powerhub, das ganze System in Betrieb nehmen, wie wir das angeschlossen haben, wie das verbaut wurde. Und da möchte ich euch das natürlich nicht vorenthalten, weil auf der Werkbank zu sehen ist das eine. Das andere ist dann wirklich effektiv in Funktion und verbaut zu sehen. Und darum dieses kurze Video. Und ich labere auch gar nicht lang rum, weil ihr seht, im Hintergrund stehen schon wieder 1, 2, 3, 4 Autos. Wir müssen uns beeilen und darum gehen wir mal in die Werkstatt und ich zeige euch das alles. So, nun möchte ich euch die einzelnen Komponenten in der verbauten Art und Weise natürlich nicht vorenthalten. So sieht jetzt das gesamte Elektrofach aus. Hat super gut hier reingepasst. Hier oben haben wir den Powerhub. Hier unten haben wir die Verteilung, wie ich euch im ersten Video schon gezeigt habe. 230 Volt wie auch die 12 Volt Verteilung. Dann haben wir hier den 2 kW Akku. 48 Volt System. Ja, ich wollte euch das einfach nur mal zeigen, wie das ausschaut, wenn das alles im engsten Raum verbaut ist. Also haben meine Jungs wieder super gut hingekriegt. Schaut richtig klasse aus. Hier haben wir jetzt die vorhandene Solaranlage drüber laufen. Wir haben den Ladebooster drüber laufen. Wir haben natürlich den Inverter. Wir haben den Akku natürlich dementsprechend hier hinten platziert, weil vorher war er ja vorne im Motorraum, wenn ihr euch erinnert, was ja gar nicht geht. Da gehen wir gleich noch mal vor und da zeige ich euch gleich noch mal, wie das ausgeschaut hat. Hier haben wir die Gerätschaften, die verbaut waren. Die haben wir natürlich alle rausgerissen, weil brauchen wir nicht mehr. Jetzt haben wir hier All-in-One und so schaut das Ganze aus, wenn das alles verbaut ist. Jetzt gehen wir mit euch mal vor zum Display. Da können wir nämlich tolle Sachen angucken, denn das Display haben wir nämlich auch, wie der Kunde gewollt hat, hier verbaut. Ihr seht es. Und hier kann man eine Menge ablesen. Also es ist ein sehr komfortables Display auch. Wir haben hier die Grundeinstellung. Wir sehen jetzt, was reingeht. Aktuell, wir sehen die Akkukapazität. Also wir sehen, Akku hat 100%. Voller Ladestatus würde jetzt umgerechnet bei dem aktuellen Stromverbrauch für 99 Tage reichen. Natürlich totaler Quatsch, aber hat man halt. Der Akku hat eine Kerntemperatur von 35 Grad. Auch das steht hier, 2 kW-Akku. Also echt eine tolle Sache. Hier können wir AC einschalten und DC einschalten und auch natürlich wieder ausschalten. AC 230 ist natürlich der Inverter. Schalten wir jetzt gleich wieder aus. DC, wenn wir einschalten, dann geht natürlich ja auch sofort das Licht an und alle Displays und das ganze Fahrzeug hat wieder Strom. Hier können wir dann natürlich auch noch in die einzelnen Komponenten gehen, weil man kann auch bestimmte Schalter einzeln belegen und kann die schalten. Also von 1 bis 4 beziehungsweise bis 6. Das habe ich euch ja gesagt. Die kann man einzeln belegen, einzeln benennen auch und kann die dann dementsprechend hier über das Display einzeln schalten. Das gleiche ist im Eingangbereich. Hier haben wir dann Solar an Ausschalten. Da haben wir nochmal Solar. Das ist die Lichtmaschine, wenn der Ladebooster läuft. Also ist die Booster-Funktion dementsprechend. Also alles in allem echt ein tolles Display. Dann haben wir hier noch ein paar Möglichkeiten zur Feineinstellung, Einstellungsjustierung. Und hier sind wir dann wieder in der Hauptansicht. Ich finde es echt ein geiles Teil, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn wir jetzt da drauf gehen, sehen wir, aktuell gehen minus 1,77 Ampere raus. Wenn wir jetzt dann DC natürlich wieder ausschalten und gehen dann wieder hier hin, sehen wir, dass das sofort runterfällt. 0,3, 0,4, weil natürlich jetzt noch ein paar andere Kleinigkeiten noch mit dranhängen. Also echter, ja, finde ich schon echt super System, muss man sagen. So schaut es jedenfalls aus, wenn man das hier verbaut hat. Und dann hat er natürlich auch, das habe ich ja schon im Vorfeld gesagt, eine C1 Glissana gekriegt. Die haben wir ja hier schon verbaut. Das habt ihr aber ja auch schon von Markus gesehen für den VN. Müssen wir jetzt gar nicht mehr so drauf eingehen. Haben wir ja schon ein paar Mal gezeigt. Jetzt gehen wir nun mal ganz kurz in den Vordernbereich. Das schaut jetzt hier so aus. Hier war ja vorher die Batterie. Da haben wir jetzt die ganzen Verteilerbuchsen gemacht und haben das alles natürlich einmal nach vorne geleitet, damit wir hier komplett raus sind mit der Batterie. Dementsprechend haben wir natürlich wetterfeste IP54-65 Verteilerdosen genommen, Spritzwasser geschützt, damit dementsprechend hier nichts mehr passiert. Und die ganze Schoße dann, die Kabellage nach vorne geschleift. Hier haben wir auch unsere Plusverteiler, unseren Minusverteiler. Und hier sind die ganzen Sicherungen drin, die ja vorher auf dem ominösen Block waren, die kein Mensch braucht. Beziehungsweise die man auch gar nicht so austauschen kann. Das schaut jetzt so natürlich richtig schick aus. Das wird jetzt noch alles versiegelt dann auch, damit das Fahrzeug alles wieder, oder damit dann alles wieder passt und damit wieder alles schick ist. Ja, das eigentlich nur ein klitzekleines Kurzvideo, um euch zu zeigen, wie das Ganze in der verbauten Art und Weise ausschaut, funktioniert bei einem Grand California. Weil es ist schon ein tolles System, sage ich nach und vor. Ihr müsst euch überlegen, oder man muss sich überlegen, ist das was für mich, ist es nichts für mich. Das muss jeder für sich entscheiden. Grundsätzlich finde ich es nicht schlecht. Hat Nachteile, hat Vorteile. Die muss jeder für sich abwägen. Es ist Gott sei Dank nicht für jedermann alles das Gleiche. Einzelkomponenten sind natürlich auch schick. Nicht in jedem Fahrzeug hat man auch die Möglichkeit, es hier so zu verbauen. Beim Crafter bietet es sich natürlich an. Ist eine tolle Geschichte. Ich persönlich finde es jetzt hier für einen Crafter gut. Schaut natürlich auch optisch richtig geil aus, muss man ganz ehrlich sagen. Und ja, ist eigentlich super gut gelungen. Ja, wie schon gesagt, es hat Vorurteile, hat Nachteile. Nicht jeder ist gleich. Ich finde das System als solches eine tolle Geschichte. Sehr leistungsstark, 3,6 kW, der Inverter. Hat natürlich auch nicht so ausgeklügelte Systeme, wie jetzt zum Beispiel auch beim Booster von WCS. Habe ich natürlich den Vorteil mit der Lichtmaschinenanbindung, mit dem Rapid, weil gleichzeitig meine Startup-Aktrie geladen wird. Ist natürlich schon noch eine ganz andere Nummer im Einzelgeräte-Modus. Kann man noch andere Sachen, oder hat man natürlich noch andere Features, was jetzt bei dem System, bei EcoFlow nicht so im Programm ist. Aber dafür habe ich eine leichte Bauweise, Bauerhub, wo alles drin ist. Vom Booster über Solarregler, über Inverter bis hin zum Ladegerät, damit die ganze Schose auch geladen wird. Also das ist dann schon eine richtig geile Geschichte, muss man sagen. Und den 2 kW-Akku mit 48 Volt erlaubt natürlich dann auch die kleinere Bauweise. Also auch das ist natürlich eine Geschichte, wo, ja, kann man drüber nachdenken. Kabelquerschnitte können ein bisschen dünner gefahren werden. Auch das ist natürlich eine super Sache. Also die Verbindung von Akku zu Inverter ist natürlich auch, spart man auch ein bisschen. Weil bei 48 Volt ist was anderes als 12 Volt. Also alles in allem, schon ein tolles System. Für den einen oder anderen, toll. Ich persönlich sage, mei, kann man machen. Ich bin mehr der Einzelkomponenten-Freak. Ich habe in meinem Auto natürlich Booster Inverter, also sprich eine Kombi. Ist ein bisschen für mich angenehmer, aber das ist Geschmackssache. Also da möchte mir auch gar kein großes Urteil erlauben. In dem Fall für einen Crafter, wo ich platztechnisch natürlich auch alles kombiniert in diesem Fach habe, macht das natürlich echt Spaß. Und ist eine tolle Geschichte. Ja, ich wollte euch das Video einfach nur nachhängen an das Erste, damit ihr es eben auch mal in Funktion und verbaut seht. Und ich bin auch schon fertig mit meinem Geschmackssache. Wünsche euch nur einen wunderschönen Abend. Alles Gute. Bleibt mir gesund. Und wir sehen uns einfach im nächsten Video. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.